ich mag heute aber nimmer wir wollen wagyu wir wollen wagyu wir wollen wagyu ja dann bleibt mir heute wohl nichts anderes übrig dieses wagyu flanksteak heute noch zuzubereiten aber leute ich werde draus eine wagyu flanksteak rolle machen ein bisschen was anderes ganz guten fleisch dazu gehen wir darüber und gucken was mal ist ja gerichtet haben so freunde flanksteak etwas emmentaler eine rote gehackte zwiebel knoblauch dann was haben wir da überhaupt pfeffer sektpfeffer und dieses mal das original geräscher salz gut natürlich mal sagen wir fangen an wir werden erstmal unser wagyu flank wie nennt man es ich glaube schmetterlingsschnitt oder so ähnlich auseinanderschneiden ich hoffe dass ich hier jetzt keinen falschen fehler mache wahrscheinlich werden mich jetzt einige verfluchen weil ich sowas mit einem wagyu flank mache muss natürlich aufpassen dass ich hier jetzt nicht ganz durch schneide so leute ich denke das ist soweit gut so die fasern laufen längs ja ich würde mal sagen tun wir es würzen und dann nehmen wir jetzt die zutaten drauf da gerade die mädels alle abgehauen sind muss ich jetzt hier meine arbeiten alleine machen ich lasse mich einfach in meinem elend alleine hier stehen könnt ihr euch das vorstellen gleichheit erst schreien sie alle sie wollen essen und dann lassen sie mir allein nicht stehen so ein pfeffer also normalerweise täte ich ja jetzt den pfeffer hinterher drauf tun aber wir haben es ja innen drin in der rolle und deswegen tue ich den pfeffer gleich mit rein so gut dann eigentlich bloß noch unseren zwiebelknoblauch und den käse also was hinterher von dem käse oder auch beim grillen rauslaufen will der soll rauslaufen ich denke ein bisschen was wird auf alle fälle drin bleiben wir wollen ja auch nicht zu sehr ja dass es nach käse schmeckt wir wollen ja auch noch was von dem wackel selber haben dann und dann und dann und dann fangen wir ganz einfach an das teil hier einzurollen nach möglichkeit natürlich schön stramm da kommen die mädels wieder und schreien rum wie verrückt kann ich was gegen dich tun na du bist ja freundlich zu mir ja du kannst mir jetzt die schnur halten ich hab's kurz deswegen nicht jetzt kommen ja einmal schnur einmal schnur einmal gehalt schauen wir mal ob wir noch unsere schnurung die das letzte mal so schön fertig bringen ja total geil oder seit dem letzten video kann ich das auf einmal unglaublich unglaublich leute jetzt habe ich ja erdnussöl erwischt da tun wir bloß ein bisschen was auf dem hat schon drauf und tun das gute stück einmal noch damit einreiben fertig und mehr kommt da jetzt von außen gar nicht hin wir haben alles was wir wollen innen drin tja und jetzt stellt sich die frage legen wir das teil gleich einmal auf direkte seite vom grill oder erst einmal indirekt und ziehen es rückwärts naja das überlege ich mir beim rauslaufen auf geht's leute so leute ich habe hier drin ein höllenfeuer einfach um ja festzustellen dass ich noch gar keine grillzange hier habe und diese geile weg jetzt erst einmal direkt naja fast direkt ordentlich angrillen von jeder seite viermal durchrollen so meine lieben ich würde mal sagen das reicht vom angrillen her das sind indirekten bereich im hintergrund habe ich mir schon das grillei hergerichtet und dann können wir ganz einfach indirekt bis auf eine sperntemperatur oder von ca. 54 Grad. Ich sage jetzt 54 Grad bis 55 sind auch noch okay. Ja dann sehen wir uns nach erreichen der Kerntemperatur wieder. Kann natürlich sein dass ich die Fleckrolle nachher noch einmal herumdrehe. Aber ansonsten bis nachher. So Leute, der Thermometer piepst. 54 Grad erreicht bzw. jetzt schon 55. Raus mit dem Teil. Aha, herrlich, herrlich, herrlich. Komm raus du Feigling. So, kommen wir rein. Und schmupps die Wupp. So meine Lieben, draußen konnte ich es gerade nicht sehen. Ja, Camp to Kalt. Akku abgekackt. Aber hier muss mein Schatz das Teil jetzt anschnippeln und da können wir auch schon probieren. Heftig, heftig. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe eine Radioflankrolle gebastelt. Ich bin mir echt gespannt, wie das Ding direkt aussieht. Ich zeige mal, hängt da noch was? Ja, da hängt noch was. Wir schauen, was ich hier. Warum hast du denn so viele Spickgrücken. Hier ist es noch vorbei. Ja. aber jetzt ist es weg ja es soll ja heiß sein also ich denke auf alle fälle die anschnitte hier werden komplett durch sein und dann je weit wir nach innen kommen desto zarter rosiger wird sein ja mach gleich einmal mittelschnitt ganz genau aber es wäre schön wenn ich jetzt mal das flank hier filmen könnte geil aus wenn die kämpfe schlägt schaut euch das an der kese quillt noch raus mein schatz verbrennt sich die finger aber ich würde mal sagen das ist gelungen ich schnappe hier jetzt gleich so eine ecke schneid mal ab bitte hallo hallo schneiden sie mal ab hier dankeschön und das probiere ich jetzt ja wie spät haben wir es mittlerweile 20 nach 10 sehr geil sehr geil was anderes kann ich jetzt dazu nicht sagen wir sehen uns nachher noch zum fazit da haben wir es noch mal liegen die lenkrollenscheibchen vom vakio ich glaube ich muss jetzt essen definitiv leute ich sag es euch das ist jetzt wirklich ich glaube das sechste oder siebte fazitversuch mittlerweile bin ich sie alle losgeworden einfach rausgeschmissen grad eben einfach dass ich in ruhe mein fazit sprechen kann die haben mich gemobbt die haben mich wirklich gemobbt klar alle mit den besten vakioflank was sie jemals gegessen haben vollgefressen ja da kann man ja auf den armen kleinen grilljunkie rumhacken ne spaß also es war jetzt doch sehr lustig dieses australische vakioflank was ich ja damals vom sexshop bekommen habe wo ich auch schon ein video mit dem jörn gemacht habe es war einfach klasse dieser da steht da barbecue for champions steak pfeffer da drauf erste sahne und leute es ist wirklich ein unterschied ob man dieses flecksteak so wie damals pur grillt oder eine rolle macht aber es ist auf jeden fall ein gaumenschmaus hat matrizia vorher wieder mal gesagt es war wieder ein ähm geschmacksorgasmus ja so ungefähr ich kann es ja jetzt sagen jetzt sind sie ja alle weg okay ich kann es jedem bloß empfehlen ich verlinke dieses makioflank nochmal unten drin es war gigantisch es war wirklich nur gigantisch was anderes kann ich nicht mehr dazu sagen wow noch irgendwas nein jetzt habe ich es jetzt habe ich das Fazit endlich fertig okay leute wir sehen uns im nächsten video ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal